Wir setzen ein in der Nummer 11, Takt 7. Der Evangelist singt und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie furchten sich sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir springen zum Beginn der Nummer 16. Der Evangelist singt und das habt zum Zeichen. Der Evangelist singt und das habt zum Zeichen. Der Evangelist singt und das habt zum Zeichen. Der Evangelist singt und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Der Evangelist singt und das habt zum Zeichen. 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 Der Evangelist ist für sounden. Der Evangelist singt und das habt zum Zeichen. Amen. Amen.